2015 machten sie noch Spaß, 2016 wird es ernst, größer, besser und zu dritt die History of Gaming Challenge. Willkommen zurück, es ist das vorletzte Spiel bei unserer Challenge. Noch ist prinzipiell alles möglich, wie wir beim Nachrechnen festgestellt haben. Noch könnten wir es zum Beispiel schaffen, nach dem letzten Spiel alle gleich die Punkte zu haben, wenn wir jetzt dementsprechend spielen. Das Spiel ist Needhawk, mit dabei natürlich wieder die Demeter, der Shadowrunner, der aktuell führt, Demeter Zweite, ich bin Britta. Und Needhawk ist ein Spiel, man sticht sich gegenseitig ab und läuft dann ins Ziel. Wir spielen das abwechselnd, also eins gegen eins, der Gewinner der ersten Partie macht eine Pause in der zweiten Partie und wer als erstes drei Punkte hat, gewinnt zwei Punkte. Best of three machen wir, ja danke. Und Needhawk, wir haben es vor, nur einmal wie üblich ganz kurz angezockt, damit wir wissen wie es geht. Das haben wir im Castle gemacht, deswegen fangen wir sozusagen einfach an in den Wolkenwand. Wenn ich mit Shadow spiele, bin ich immer auf Wolke sieben. Ich bin rechts, du bist links. Jawoll. Und Needhawk, los. Oh, bin tot. Man sieht da oben an dem Go, dass der Shadowrunner, man sieht es jetzt an dem Go, dass ich nach rechts laufen muss. Jetzt ist der Shadowrun, also für die Menschen, die das Spiel vielleicht noch nicht gespielt haben, könnte das interessant sein. Wieso bist du da überhaupt eben gerade runtergefallen? Da war anscheinend die Wolke zu dünn. Die Wolke zu dünn. Die gehen weg, wenn ihr da drüber läuft. Komm doch. Wupp. Ja, und das Ziel ist halt beim anderen ins Aus zu laufen und das kann zur Not schon mal ein bisschen dauern. Ich hab dich noch zuletzt umgebracht. Ja, aber du bist runtergefallen. Hä? Momentan ist glaube ich unentschieden, da war ein Unentschieden. Warum kommt man rechts nicht raus? Weil es gerade unentschieden war, weil wir beide hintereinander gestorben waren, glaube ich. Warum denn sollte ich mehr? Na? Es sind Wolken, die gehen weg, wenn man drauf stehen bleibt. Ja. Nur nochmal als Hinweis. Ja, das vergesse ich eh gleich wieder. Danke für den Hinweis. Ich vergesse es eh gleich wieder. Neuer Bildschirm. Ah, hab ich noch. Wie? Ich kann doch nicht mal dein Schwert mitnehmen, wenn ich dich umbringe? Skandal. So. Oh. Sieht gut aus für den Shadow. Ja. Aber. Noch. Ja, aber er ist zumindest, er ist mindestens schon, also ich gehe jetzt glaube ich gleich, wenn ich es hier an ihm vorbeischaffen sollte, was ich leider nicht geschafft habe. Ah ja, wir sind in meinem letzten Screen. Machen wir überhaupt die anderen Runden alle auf unterschiedlichen Dingern oder machen wir es immer auf dem gleichen? Das haben wir gar nicht gesagt, ne? Also ich würde sagen, wir bleiben im Gleichen in den Cloud. Willst du halt nochmal? Nö. Ne, ne, da kommt man nicht mehr. Du warst ja schon Final Screen und kamst am neuen und dann wirst du gefressen. Sieben Kills haben wir gegenseitig. Ich habe mich dreimal selbst umgebracht. Oh, ne, dann würde ich aber sagen, vielleicht doch unterschiedliche, oder? Von mir aus machen wir unterschiedliche. Ja, jedes eine. Ja, aber nicht garke, dann nehmen wir mal das. Wilds und Mines. Ja. Also wenn man eh aussuchen darf, wäre es jetzt im Dings gewesen, wäre es ja... Boah! Das ist ja mal fies. Das war glaube ich das, was man eben im Startbild schon gesehen hatte, ne? Ah, scheiße, dann schmeiße ich den auch noch. Einmal stech, tot stechen rein. Äh, ich hab dich da umge... Wie, 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 wie... Runter! Ich glaube, ich hab dir das Herzgeruch gesucht. Äh, ja, okay. Okay, ich hab dich immer dann wieder mit auf dem Bildschirm. Die Seite ist wieder am Anfang, ja? Mhm. Ach, schade. Ich hatte gehofft, ich kann mal eben vorbei. Aber ich hab Zeit. Aua. Hier liegen jetzt da ein paar Schwerter. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, das ist ein Baum, der einfach da so... Das ist ja gar nix. Hahaha. Die Männchen sterben aber auch so geil. Ich war so froh, dass ich das so'n Scheiß rausmache. Ja, auch diese Challenge kann wieder, wie man merkt, vielleicht ein bisschen länger dauern. Das sieht man ja gar nicht so doll. Nee. Okay. Ja. Das ist das Unentschieden. Ja, eins zu eins. Ihr macht's aber spannend. Als wär's sonst zu kurz gewesen. Sollte es zum Schluss, äh, sollte es irgendwie kommen, dass es zwei Leute... Nee. Kann das überhaupt hinkommen, dass... Ja, wenn zwei eins immer im Kreis... Ja, wenn wir alle... Dann gibt es halt... Runden zählen. Nee, die Runden zählen dann nicht. Ich würd sagen, es gibt ein Stechen. Okay. Aber zwei null und zwei eins ist ein Unterschied. Ach so, ja, stimmt. Wir hatten das... Eins hatten wir noch nicht. Das auch. Die meins. Ja, genau. Tret noch mal ein bisschen nach. Ja, mach ich. Ja, weide mich aus. Ja, passt bei mir auch. Ja, ey, wie kacke ist das denn? Gegen die Laufbandrichtung. Final Screenshot. Oh Gott. Und damit... Habe ich die erste Runde 2-1 gewonnen. Und... Äh, das wird dementsprechend einmal aus. Und ich würd sagen, wir geben die Gamepads einfach... Keine Ahnung, geben wir einmal weiter. Einmal weiter. Jo. Wuppa! Ja, äh, macht einfach weiter. Lasst euch nicht stören. Ich geh mir ein bisschen aus dem Bild raus. Äh, sind wir schon? Ja. Achso, ich bin jetzt recht. Aber wir sind jetzt wieder im Castle. Ja, weil ihr grad... Weil grad irgendwer vermutet. Wir können einmal... Einmal bitte, äh... Quitt du Titel-Screen. Oder so. Ja, sonst fangt auch mit den... Ja, mit den Clouds an. Ja, wir machen die gleiche Reihenfolge. Das ist... Man fängt oben an, dann geht man aufs Normal-Lebo und dann geht's in den Keller. Ungekehr so wie bei uns, außer dass wir gleich in meinem Keller anfangen. Okay. Bereit? Ja. Eine spannende Empathie. Oh, hier die... Ein sehr guter Angriff. Ein sehr guter Schwertstoß von Demeter. Aber guten Konter von Shadowrunner. Der ist jetzt über... Oh, das sah gut aus. Aber noch... Darf ich laufen? Genau. Noch darf er... Ja. Und zwar in ihr Schwert. In ihre Klinge hinein. Das fand ich natürlich gut. Ich muss jetzt hier sagen, eigentlich bin ich hier unparteiisch, wenn andere spielen. Aber... Diesmal nicht. Ich bin eindeutig für Demeter. Weil das die einzige Chance ist, dass ich noch erster werden kann. Obwohl andererseits, wenn der Shadow gewinnt, erhöht das die Chance, dass ich zumindest zweiter werde. Ja, hier die kleinen Wolken. Ich würde sagen, wie wir es vielleicht vorhin schon in die verschwinden. Weil... Was mir auch hier... Ne. Doch. Was... Was hier auch... Was man hier schon sagen kann. Nein. Es kann hier auch schon eine Entscheidung geben. Sollte der Shadow... Wird... Lasst mich kurz überlegen. Nein! Sollte der Shadow erster werden und die Demeter... Zweite... Oder der Shadow zweiter und die Demeter dritte... Ist der erste Platz schon aussehen. Also... Wenn der Shadow nicht dritter wird, ist er Sieger. Sehr wahrscheinlich. Wenn... Wenn Demeter... Du kannst mich da nicht mehr einholen. Stimmt. Ich kann dich da nicht mehr einholen. Aber wenn ich erster werde, du zweiter und Demeter dritter, kann sie dich auch nicht mehr einholen. Diese Rechnerei... Ja, das ist das Schöne. Ich habe jetzt da gerade ein paar Minuten Zeit. Aber... Demeter, schau einfach erstmal, dass du hier mindestens... Jetzt hier einfach mal den Ausgleich machst. Der Shadow kann das Spiel auch gar nicht. Ich habe es nie gespielt vor der Challenge. Ja, wir haben da auch, glaube ich, alle nur mal ein Video gesehen. Und ich hatte es einmal kurz gestartet. Hä? Wo ist meine... Oh, es war... Also das muss ich sagen, das war ein schöner Schwertkampf. Na ja, geht so. Du hast verloren. Also es war ein schöner Schwertkampf. Go Demeter! Ja, einfach laufen. Einfach lau... Oh, schade. Ja. Ja, du bist dran. Ja, genau. Einfach laufen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Äh... Scheiße, der hat überlebt. Hä? Nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt hast du zwar kein Schwert, aber wer braucht schon ein Schwert, wenn er Beine hat. Außerdem hast du wieder ein Schwert. Ich habe wieder einen Schwert. Ja, einfach. Das ist gut. So gefällt mir das. Das ist nicht so gut. Ja, nein. Und einfach nach rechts laufen, wenn du... Da, scheiße. Ja, ich habe einen Schwertkampf. Ja, ich habe einen Schwertkampf. Ja. Ich finde das schön, wie er diesen Boden langsam färbt. Und ihr lasst das Eichhörnchen am Leben, das finde ich sehr nett. Final Scream! Bekommst du gleich nochmal. Nicht mehr Final Scream. Alles zurück auf Anfang. Nein, jetzt stehst du da ausgerechnet noch an der Kante. Gut, ich glaube jetzt sind wir wieder zurück auf Anfang. Ja. Oh, der Shadow hat einen Lauf. Ja, hat er. Und zwar kein Einlauf und kein Auflauf, sondern Einlauf im Spiel. Schlechte Wortwitze sind meine Spitalität. Ach, nie. Ach, nein. Das arme Eichhörnchen. Was? Was? Aber, ne, es ist... Hä? Das kann's. Ja. Wir waren gleichzeitig bedingt. Ja, das ist das, was wir in der ersten Partie auch einmal hatten, als wir kurz verwirrend waren. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich glaube jetzt seid ihr auf Shadows Hälfte, ne? Ja. 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 Tja, auch den Rücken kann ein Shadows Schwert entzücken, ne, oder so ähnlich. Mensch, ja, also für alle, die es gibt ja zur Not auch, wenn es mal länger dauert, irgendwelche Sachen. Du hast eigentlich eine ganz gute Chance, wenn ihr lang genug spielt, muss der Shadow irgendwann auf Toilette. Und die Runde wird nicht pausiert, weil du auf Toilette musst, tut mir leid. Ich hab vergessen, dass da was war. Ja, also da vorne, diese Lücke, das sieht für mich immer noch aus, so wie ein Baum mit dem roten oben drüber. Ja. Ja, da hab ich auch nicht gesehen, dass der Shadow gerade dran war. Ich dachte auch, du wärst, aber jetzt bist du wieder dran. Ja, dachte ich auch. Oh nein. Aber manchmal ist das auch echt blöd, wenn man da so in den Rücken sticht und dann nur einmal und dann funktioniert das direkt. Ja, prinzipiell reicht ja eigentlich ein Treffer, wenn der andere nicht abwehrt. Und wenn du ihm den Rücken zuwendest, dann kannst du dir ja schlecht irgendwie abwehren, seinen Angriff. Gott sei Dank haben wir gesagt, bis einer zwei Punkte hat und nicht best of five. Ja, Mist. Ach, schade. Nein, in den Rücken. Genau, sag am besten noch, das macht man nicht. Ach, Mist. Aber er hat kein Schwert mehr. Das bringt mir auch nichts, wenn er wegläuft. Du könntest dein Schwert hinterher schmeißen. Ja, ich bin gerade irgendwie nicht so... Ja. Ich glaub, ich hab gerade mein Schwert weggeschickt. Die lief mich, glaub ich, gleich einfach mal eben eine Runde hin. Hä, was? Unter den Steinen kannst du es scheinbar nicht werfen. Hm. Ja. Ja. Oh! Und damit steht es nach zwei Runden in dieser Partie 1 zu 1 und es kommt zum Schlechten. Oh, wir haben meine Ehrungenschaft freigeschaltet. Erkenne ich von hier aus nicht. Wahrscheinlich irgendwie längster Kampf aller Zeiten oder so. In den Minen. Sollte es nachher ein Stechen geben, das Stechen wird komplett im Castle gemacht. Das Castle ist irgendwie doof. Ich glaube die Woods waren gefühlt ein gutes Stück länger. Und damit hat der Shadow gewonnen. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann ist, dass es im Endeffekt unentschieden ausgeht. Weil Shadow hat 2 zu 1 gewonnen. Wenn du jetzt 2 zu 1 gegen mich gewinnst, dann haben wir einen Unentschieden. Wenn du 2 zu 0 gewinnst, hat sie gewonnen und wir müssen stechen. Richtig? Nee, er hat doch gegen mich gewonnen und er hat sich gegen dich gewonnen. Nee, er hat mich 2 zu 1 besiegt. Ja, dann müssten wir jetzt noch uns stechen. Aber stechen wir dann nur eine Partie. Hattest du nicht vorhin gesagt, Runden sind egal? Ja, okay. Dann stechen wir sonst komplett. Wenn Demeter gegen dich gewinnt. Ja, wenn Demeter gegen mich gewinnt, dann sind Runden egal. Dann hat jeder einmal gewonnen. Dann müssen wir alle 3. Dann müssen wir alle 3, aber dann würde ich sagen, sie stechen im Schloss. Und zwar nur 1. Ich bin rechts. Ach, ich bin rechts. Ja. Ach, da kann man nicht. Okay. Da kann man aber durch. Okay. Der ganze Körper geht nicht. Ja, ist auch normal. Das ist teilweise, das ist aber echt unterschiedlich, wann derjenige wieder auftaucht. Kann das sein? Ja, das kommt glaube ich drauf an, wie nah man halt dran ist. Ah, wenigstens mal einen Schritt über die Mitte rüber. Ja, wirklich? Nein. Nein. Das solltest du nicht machen. Ja. Es geht ja hier nicht um den Spaß, sondern um Ehre. Ach. 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 Ja, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ja, macht ja nix. Ich hab ja auch gerade länger. Oh ich war gar nicht tot. Ich dachte ich wäre jetzt tot gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn man hintereinander herläuft, dass der vorderen ein bisschen langsamer ist. Findest du? Ja, ich glaube der hinten holt dann auch. Ich vergesse immer, dass dann da ausgerechnet er wieder auftaucht.